Hallo, wir sind wieder da, Inas Nacht. Ich freue mich so, weil heute ist der Schwer-Metall-Fan Bernhard Hohecker da. Den Knastarzt und Tatortarzt Jo Bausch haben wir da. Der erzählt, was hinter Gittern so abgeht und natürlich noch ein bisschen mehr. Dann kommt eine neue Folge von Star Wars mit Ingo Pohlmann und Musik von OK Kid. Juhu! Carry on, carry on, carry on. Ich freue mich auf unseren ersten Gast. Ich würde mal sagen, wir alle kennen ihn. Entweder von Genial daneben oder von der Schillerstraße. Er ist so viel klüger als ich, dafür ist eine ganze Ecke kleiner als ich. Er liebt Heavy Metal, ich nicht. Begrüßt mit mir Bernhard Hohecker! Ich habe das Gefühl, die Musik schafft. Schockiert hat Angst gehabt. Das habe ich vorhin auch schon gemerkt. Du bist ja Heavy-Metal-Fan. Ich bin Heavy-Metal-Fan. Toll. Ja. Ich ja nicht. Ja. Ich habe nicht gesagt, was du wohl trinkst. Whisky. Nee, ich werde dann ausfällig. Ehrlich? Ja. Aber dann im Doppel. Wir nehmen ein Cola-Whisky. Nee, nicht Cola-Whisky. Das kannst du mit der amerikanischen Maisplirre machen, aber nicht mit dem Scotch. Das sehe ich nicht. Das geht gar nicht, oder? Nee. Der wird ja noch nicht mal mit Eis getrunken. Ach, danke. Komm, wir setzen uns. Mit schottischem Quellwasser. Gehst du durch? Aber gerne. Was du alles weißt. Mit schottischem Quellwasser und dann einen Tropfen hinein, damit die Oberflächenspannung sich verändert und das Aroma ganz anders. Okay, danke. So, habt ihr alle schon was zu trinken? Schentis, Prost! Prost! Bo-Ray, Bo-Ray, Senator. Bo-Ray, Senator. Aye! So können wir mal meine beiden gefundenen Kutten haben, die ich so gerne mit dir trinken? Kutten? Egal, du hast extra Kutten mit. Ja, ja. Weil eigentlich wollte ich für den Reinholer, für den Carry-On die schon anhaben. How this will? Ah! Wir legen mal ihr Mikro's weg. Und dann ziehen wir die mal über, weil ich finde die wirklich schön. Das gibt auch dir natürlich... Geile! Jo! Ich bin Motorhead und du bist Iron Maiden. Und Iron Maiden war meine erste richtige Metal-Platte. 666, the number of the beast. Weißt du, in Vorbereitung, dass du ja heute kommst, habe ich mich durch diese ganze Equilibrium und wie diese ganzen Bandzeit... Du hast die Equilibrium angehört? Wie geil ist das denn? Und habe wirklich gedacht, what the fuck ist das für eine Musik? Die ist ja nicht hörbar. Also Equilibrium, da hast du dir natürlich auch direkt den Jazz rausgesucht. Die singen halt immer so germane mythologisches Zeug. Und der Growl-Teil, das habe ich am Anfang gar nicht gehört. Growlen heißt das? Das mochte ich am Anfang auch gar nicht. Hab das durch die Musik... Es ist immer dieses... So war Equilibrium, was ich da geguckt habe. Das Lustige bei denen ist, was echt geil ist, die singen zum Beispiel so ein Lied wie Sieh die Weide, die dort steht am Flusse und deren Äste sich wiegen im Wind und erzählen von einer Zeit, wo wir uns liebten. Und dann macht er aber... Soll an die Weide, die da steht am Flusse, die doch in einer Seite, die uns liebte! Hey! Könnt ihr bitte am Ende einfach Kill singen bei mir? Kill! Kill! Machen wir das? Das wäre Metal. Dann könnten wir den auch so lassen. Die Pommesgabel! Mach die Pommesgabel dazu! Stopp, 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 stopp! Das ist die Pommesgabel. Wie? Das ist die Pommesgabel, das andere war telefonieren. So. Das ist die Pommesgabel. Das könnte ich gar nicht so. Mal eben schnell. Genau. Nicht verwechseln mit dem Flüsterfuchs! Sick, 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 heute haben wir gelacht, denn wir sind keine Frau. Hahahaha! Kill! Yay! Wir legen jetzt mal diese Mikrofone weg, weil wir die die ganze Zeit in der Hand haben. Das ist ja nett. Das sind ja Metaller sozusagen. Schule. Ich habe gedacht, Bernhard Hohecker, du bist der totale Streber gewesen in der Schule. Alles Einsen und in der 6. Klasse abgegangen, weil du alles wusstest. Genau so war es. So war es aber nicht. Schule hat dich genervt. Nein, nein, das war genau so. Ich habe nur im Nachhinein alle Zeugnisse verändern lassen, um an meinem Image zu arbeiten. Stimmt es, dass du in der Schule ein Mädchen so lange gekitzelt hast, bis sie ohnmächtig geworden ist? Ich habe Angst, dass du sagst, und hier ist sie! Nein, es ist so, dass, wie das halt so ist, das musste fünfte, sechste Klasse gewesen sein. Also irgendwas zwischen elf und 13 Jahre. Und da haben wir natürlich, also man geht ja nicht hin und schläft sofort miteinander, sondern man guckt ja erstmal langsam, wie der andere Körper aussieht. Was, elf? Ja, da macht man erstmal so hihihihi. Jaja, eben. Und sowas, genau. Und dann? Dann haben wir die halt gekitzelt, die hat aber eben Bauchschmerzen gehabt. Und dann ist sie halt umgekippt und hat die Schulter auf uns geschoben. Ja, war wahrscheinlich auch so, weil du wahrscheinlich zu doll gekitzelt hast. Nein, ich habe sie, als sie gefallen ist, habe ich ihr sanft den Kopf aufgefangen und auf den Steinboden gebettet. Ich habe auch immer gedacht, du wärst so einer, der so in der Schule sitzt, ah, ah, weißt du, die mit Schnipsen. Nein, nein, die Lehrer wussten, dass sie mich jederzeit dran nehmen können. Nein, überhaupt nicht, ich war ein ganz normaler Schüler. Und dieses Hoäcker wird ja mit Hoäcker, H-O-E, mit zwei Strichen über dem E, was es ja überhaupt gar nicht gibt. Das sind auch Künstlerpunkte. Ah, die hast du dir wirklich ausgedacht? Ne, die hat sich mein Vater ausgedacht und ich habe die dann übernommen. Und stehen die in deinem Ausweis? Ne, ich wollte es reinschreiben lassen, aber das kostet 1500 Euro pro Punkt. Ach, ehrlich? Hätte ich drei gemacht. Zwei überm E und eins überm O. Und dann hätte ich gesagt, jetzt schreibt mal mit eurer Schreibmaschine meinen Namen und zwar, richtig. Und stimmt es, dass du jede, jede, jede Sendung Verbotene Liebe geguckt hast in deinem Leben? Da muss man sagen, das stimmt nicht ganz. Mir fehlen die ersten zwölf Folgen. Aber die muss es doch noch geben irgendwo. Ja, auf DVD. Und ich bin jetzt, muss ich zugeben, seit letztem Sommer bin ich ausgestiegen. Guck mal, ich gucke immer um 15.10 Uhr Sturm der Liebe. Oh. Ja, und da habe ich noch keine Folge verpasst, weil es wird immer am nächsten Morgen im BR, MDR und NDR alles wiederholt. Deswegen kann man die da immer gucken oder Notfalls Mediathek. Und das ist auch genau so eine peinliche Sendung, aber es ist die Was-Passiert-Dann-Geschichte. Es ist Volkstheater. Das ist total super, die Cliffhanger, wenn dann irgendwie, es ist auch immer dasselbe. Die hören immer gleich auf, die Verbotene Liebe sagt. Die hören immer damit auf, dass einer noch mal so macht. Da daaa. Und dann fahren die so ran. Da 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 da. Und dann will man ein bisschen, dass es weitergeht. Aber das ist Lindenstraße. Das habe ich jetzt als Solidarität zu den anderen Soaps gemacht. Was ist eigentlich Geocashen? Geocashen ist die moderne Schnitzellack mit GPS-Geräten. Geil. Wo Leute Tupperdosen und... Darf man sagen? Tupperdosen sind kaum noch benutzt, weil die anderen Plastikdosen billiger sind und genauso gut funktionieren. Und die sind dann irgendwo im Wald versteckt. Also angenommen, ich würde jetzt so eine Dose verstecken, dann würde ich mir die GPS-Koordinaten merken über eine Internetplattform. Halt, 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 halt. Wo kommen denn diese GPS-Koordinaten her? Und jetzt kommt's. Vom Himmel. Ja, ja, ist schon klar. Das reicht, wenn du so guckst, als hättest du's verstanden. Naja, hab ich doch gerade gemacht. Das war mein... Ich hab's verstanden. Nee, nee, nee. Das hab ich aber beim Durchlesen schon gedacht. Und dann, was ist denn immer drin? Auch ein paar Bonbons? Ja, also das Wichtigste, was drin ist, ist ein Logbuch, wo man sich dann einträgt. Ach so. Und dann versteckst du's wieder. Nicht mitnehmen, das ist total verboten. Weil der Nächste will das ja auch finden. Also schreibst du rein, Bernhard Hohecker war hier, hab euch gefunden, ihr Schweine. Haha, wie verarscht ihr nicht. Genau. Zutklappen, Dose wieder weg. So was in der Art. Wo ist die Befriedigung? Beim Spiel jetzt? Ja, ähm... Ja, erst mal beim Spiel. Ich dachte, wir hätten das Thema gewechselt, so schnell. Nein, nein. Wir... 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 Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Aber er ist gut. Frau Miller, ich brauch noch Bier bitte mit Eiswürfeln, wenn's geht. Bier mit Eis? Ja, das hab ich als sehr gut empfunden. Nein, der Spaß ist das Suchen, das ist wie wenn du auf den Gipfel gehst, was ist daran schön, du willst das Ziel erreichen. Der Weg ist das Ziel. Du gehst ja manchmal auch mit deinem... Die Hell zu rauskriegen und sowas. Mit deinem Hund? Genau. Damit du in so Gebäude, in die man gar nicht gehen darf, eigentlich, äh, keiner sagen kann, geh wieder raus. Du kannst mal sagen, mein Fluffy. Heißt der Fluffy denn nun? Fluffy. Und lebt Fluffy noch? Äh, noch. Also vorhin ja. Okay. Danke. Möchtest du noch so ne... Ja. Ich nehm noch ne Cola, bitte, auch mit Eiswürfeln. Solidarität nehm ich das. Und, ähm, genau, was ich immer, was ich liebe, sind diese Lost Places, also so alte Fabrikanlagen oder Bunker und solche Sachen und da nehm ich den Hund gerne mit, der hat da totalen Spaß. Außerdem, wenn man der Wischwürttkommar sagt, mein Hund ist weggelaufen, ich musste eine Sache zurückführen nach Paragraph irgendwas. Und was war das für ein Zahnarztstuhl, der ekelig war? Oh, das war in Belitz. Ähm, das war, äh, Belitz ist ein altes Krankenhausgelände. Äh, ist seit 20 Jahren... Da bist du rein in ein altes Krankenhaus, finde ich total gruselig. 20 Jahre verlassen, in der Zwischenzeit ist das auch alles zu, das war damals war das noch offen. Und da gibt's halt einen Raum, da liegt halt so ein Stuhl, steht halt so ein Stuhl rum und man fragt sich, was ist das? Und das ist völlig abgefahren, weil das ist so ein alter Stuhl, sieht aus wie so ein Zahnarztstuhl. Und man stellt sich vor, da zu liegen und irgendwer mit so einer rostigen Zange kommt und sagt, ich weiß, ich hab das mal gelernt. Ja, bleib liegen. Bleib liegen. Alles, was man hört, total falsch hin. Du meinst so, wie die Verschwörungstheoretiker, aber es ist einfach, ich bin ein Freund von diesen, ähm, von so, von so, von wissenschaftstheoretischen Überlegungen, wenn es um Theorien geht. Also, dass sie falsifizierbar sein müssen, Existenzbehauptungen werden bewiesen. Guck mal, ob du noch eine andere Frage hast. Nee, ich finde das super, weil, also man kann es ja auch mal einfach in Sprachworte, also in Normalverständnis, das heißt, du glaubst nicht an Gott, du glaubst nicht an Schicksal. Du glaubst, alles ist Zufall, wir sind geboren und irgendwann werden wir sterben und leben weiter in Erinnerung. Das geht zu schnell, das geht alles viel zu schnell. Mehr Zeit haben wir nicht. Ja, dann müssen wir uns die jetzt nehmen. Die, das, also, das heißt einfach nur, wenn jemand etwas sagt, also irgendwas behauptet, dann bin ich der Meinung, er sollte, wenn es eine abgefahrene Behauptung ist, sollte er dafür sehr starke Beweise haben oder einfach überhaupt einen Beweis haben und er sollte sich immer so ausdrücken können, dass ich sagen kann, da hast du einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt Kreationist bin, klassisches Beispiel dafür, die machen folgenden Fehler, die sagen, die Erde ist 6000 Jahre alt, dann sage ich, okay, ich kann die falsifizieren und zwar habe ich hier einen Saurierknochen, dann sagen die, den hat Gott dahin gelegt, um dich zu prüfen und auf diese Art und Weise nimmt er mir die Möglichkeit, ihn zu widerlegen. Und warum werden Menschen ausgelacht, die an Elfen und Engel und was weiß ich, was für einen dummen Krams glauben, aber nie lacht einer, wenn er sagt, er glaubt an Gott, weil den hat ja auch noch keiner gesehen. Tja, weil Gott einfach nicht mit kleinen Flügelchen und Ballettschüchen in einem Tütü über eine Waldlichtung schwebt. Das weißt du doch überhaupt nicht. Also es ist so. Wie funktioniert Memo-Technik? Es wird M-N geschrieben, sagt man Memo oder M-Nemo? M-Nemo. 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 Okay, anderes Thema. Nein, gleiches Thema, ich höre auf, wollte ich sagen. Also Platon konnte sich nichts merken. Ich mache den Satz dann weiter, ist doch okay. Ja, du machst einfach weiter. Platon konnte sich nichts merken. Geredet hat, hat er sich dann... Leider konnte ich mich darüber auch totladen, das war immer wieder total albern. Das ist total albern, ein Klassiker, das ist quasi Standard, das ist wie eine Ecken-Situation. Eine Ecken-Situation, genau. Was ist eine Ecken-Situation? Eine Ecken-Situation, das ist eine Standard-Situation beim Fußball, beim Hockey und beim Barsch. Ach, was ist Schrödinger. Du bist ja aber auch echt um eine Ecke dann mit den Sachen. Aber jetzt mach weiter. Satz. Satz gesagt, hat, ist er dann... Den Weg nochmal gedanklich abgegangen, den er vorher durch Rom gegangen ist und hat sich dann wieder an die Stellen erinnert, die er dann thematisieren wollte. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe alle Länder der Erde mal auswendig gelernt, wo die alle liegen, mit so einer... Ich habe mir so Geschichten ausgedacht, also Ägypter lieben Thunfisch, Ägypten, Libyen, Tunesien kommen nicht ran, weil Algen, Algerien auf den Felsen und Rocks Marokko sind. Da ist aber eine Mauer, Mauretanien und da drunter ist einer in der Sense, Senegal und dann sieht er da einen mit und die... Ich finde das Problem, als ich immer versucht habe, mir so Sachen zu merken, dass ich mich immer an die Islsbrücke nicht wieder erinnert habe. Das kommt leider vor. Und stimmt das, dass du mal für Boss Werbung machen solltest? Ja. Und dann habe ich mich total gefreut. Werbeanfrage für Boss, ich natürlich sofort zugesagt, freute mich auf einen Anzug, auf schicke Schuhe, auf eine Krawatte, auf richtig tolle Klamotten. Und das war Möbel-Boss. 50, 50, heute haben wir gelandt, denn wir den Kaninertag, ha, 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 ha. Aber ich meine, ganz ehrlich, die haben angefragt und sagten, hallo, hier ist Firma Boss, wir hätten gerne als Testimonial den Bernhard Hoäcker, aber du bist 1,59, hast du nicht einen Moment gedacht? Mensch. Mensch. Ich dachte, die wollten eine neue Zielgruppe erschließen. Du? Ich habe, äh, genau. Es gibt eine wissenschaftliche Arbeit darüber, dass sie festgestellt haben, dass jeder Zentimeter Körpergröße 278 Euro mehr Gehalt bringt. Das heißt, da wüsste man schon, Gottschalk ist zum Beispiel größer als Lanz. Ja. Lanz verdient weniger als Gottschalk, ungefähr 3.000 Euro, weil er ist 11 Zentimeter kleiner. Genau. Aber für dich ist das ja richtig doof, dann. Ja. Glockst du an diese Theorie? Nein. Ja, nein, da muss man nicht dran, das ist ja keine Theorie, in die man glauben kann. Die hat ja jemand gemacht, das hat einer gemessen und das ist so. Weil wenn da zwei Leute sind. Du wirst auch nie in der Kinorolle den Helden spielen, du bist immer so der Loser an der Seite, so der kleine Doofe, der immer so die lustige Rolle kriegt. Aber Sylvester Stallone ist so groß wie du, den gibt's noch, Cruise, Tom Cruise ist so groß wie du. Na ja gut, die werden ja auch genommen, weil die lustig und komisch aussehen. Und als George Clooney, der ich bin, hab ich ja, nein, es gibt natürlich bestimmte Dinge. Also stimmt ja nicht, man kann ja auch, du könntest ja zum Beispiel auch Tatort-Kommissar werden. Theoretisch kann ich das schon. Das wäre mal, würde mal endlich was passieren, so typmäßig, finde ich so ein bisschen. Und es eröffnet ja wahnsinnig viele Gags, wenn dann dein, zum Beispiel dein Partner ganz groß wäre. Ja, aber es sind Gags, aber das ist ja wieder genau dasselbe. Man ist halt immer der Clown oder die witzige Figur dazu. Das Problem ist, dass Frauen mir dann immer sagen, das ist total, ich mag ja kleine Männer. Aber das Nachricht dann immer, ich finde die so süß. Ja, die kommt dann immer. Und dann ist es natürlich die Frage, möchte man als Tatort-Kommissar jemanden haben, der süß ist? Oder jemand, wo man so als Frau sagen kann, wenn der mich in den Arm nimmt, dann kann mir nichts mehr passieren. Ja, das ist nicht auch nicht. Das stimmt, dass du immer Puzzle machst, bevor du auf die Bühne gehst? Ja, ich kam im Moment nicht dazu, aber ich hatte so eine Puzzle-Rolle, wo man puzzelt, drauf puzzelt, die kann man dann einrollen und mitnehmen. Aber weißt du, wo man das sieht, bei Schwiegertochter gesucht, wenn die da manchmal in der Küche sitzen, die Kandidaten, die habe ich zuletzt puzzeln sehen. Ja, ich. Du bist merkwürdig, finde ich. Kein Mensch puzzelt mehr. Ja, aber. Außer bei Schwiegertochter gesucht. Ja, aber ich muss halt gucken, wie ich ans Geld komme, weil ich so klein bin. Aber machst du das, um dich abzuregen? Nee, das verrückt total. Ja, also dann, was ich auch gemacht habe, ich liege dann auf dem Bett, habe dann so ein Brett mit dem Puzzle drauf und dann mache ich das. Und dann läuft im Fernsehen, läuft eine Dokumentation und wenn es interessant ist, dann guckt man da so hoch. Und wenn es langweilig wird, dann guckt man wieder runter und puzzelt wieder weiter. Und es ist so eine... Ich sage ja... Ich meine, du kannst dir grundsätzlich Sachen besser merken, wenn du mit dem Körper noch parallel etwas anderes machst. Also, wenn du läufst oder wenn du malst oder wenn du puzzelst. Doch, das ist so. Wenn ich laufe, kann ich nur laufen. Wenn ich esse, kann ich nur essen. Und wenn ich trinke, kann ich nur trinken. Ich lebe ihn mal. Ich lebe ihn mal. Ich lebe ihn mal. Ich lebe ihn mal. Hey! Käl! Käl! Bernhard, als ich dich einlud, in die Sendung zu kommen, hast du gesagt, ich komme aber nur, wenn wir singen. Ja, natürlich. Das machen wir jetzt mal. Wenn ihr Fragen habt am Bernhard, ihr wart schon Fleisch. Das sehe ich schon. Wir singen jetzt in unseren Kutten, die wir tragen. Von wem ist denn der Titel Schachmatt? Wer weiß das? Schachmatt. Richtig. Roland Kaiser. Ich werde so langsam in deiner Gegenwart. Ich lasse so fließen, weil ich denke, er macht ja alles. Was du nicht gemacht hast, ist erklären, warum ich mir ein Gronan-Kaiser-Lied ausgesucht habe. Das kann ich nicht erklären. Du singst, ist so großartig. Du weißt, dass du die Probe mitbekommen hast. Deshalb weiß ich, dass du jetzt lügst. Weil ich habe die Probe auch mitbekommen. Komm, ich will das erzählen. Jetzt wird gesucht. Drei, vier. Schreib auf den Zettel, schreib dir drauf, warum Roland Kaiser. Und anknicken. Am Anfang war da nur ein kurzer Blick zu mir. Ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Dann klitschen ihre Finger durch ihr langes, schwarzes Haar. Viel mehr tat sie nicht. Doch für mich war das mehr als genug. Ich bin als Mann so geboren. Sie griff an mit den Waffen der Frau. Und ich war verloren. Schachmann durch den Arme im Spiel. Schachmann, weil sie mir so gefiel. Schachmann, denn sie spielte sehr gut. Schachmann packte mich trug und trug. Sie sieht, dachte ich mir. Sie spürt, dass ich verliere die Frau. Schachmann packte mich um den Verstand. Sie war so zwölflich, beinah wie ein kleines Kind. Und doch so wild wie ihr Land. Land, Land, sie war so wie ein kühler Tropfentau auf dem Gras. Und doch selbst ein bisschen braun. Heiß und kalt hatte sie mich erwischt. Seit dem ersten Augenblick. Viel zu viel ist bis heute geschehen. Ich kann nicht mehr zurück. Schachmann durch den Arme im Spiel. Schachmann, weil sie mir so gefiel. Schachmann, denn sie spielte sehr klug. Schachmann packte mich Zug und Zug. Sie sieht, dachte ich mir. Sie spürt, dass ich verliere die Frau. Mit mich um den Verstand. Ja! Bernhard Volkan! Ich dachte, du hättest, was ist da drunter, ne? Ach, du hast ne Kapuze. Quarki, Quarki Modo. Ich habe einen Körper. Darf ich dir da rausmachen? Ich mag dich überraschen, aber ich habe einen Körper. Darf ich die da rausnehmen? Na klar. So, verstehst du? Ey, yo, voll geil, Leute. Heute bin ich hier im Hauptort. Aber du wärst doch ein total geiler Tatort, Kommissar. Jetzt so da reinkommen. Ey, komm, sag mir, wer ist hier der tote Mann, der auf dem Boden liegt? Ich kann ihn heute nicht so richtig erdeutschen, denn er ist ja schon eine tote Maus. Und heute komme ich hier aus dem Haus heraus. Oh Mann, da kommt ja schon der Täter. Es ist einer von den Täter. Wer da ist, wir nehmen ihn jetzt mit und dann geht er in den Kras. Was ist denn? Was ist der Mörder? Das ist der Mörder. 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 Der Mörder. Ich möchte das als sehr nett bewerten, aber ich weiß, wie es ist. Darf ich die Bierdäckchen einsammeln? Du, wir gehen da rauf. Ich muss da wieder reingehen. Wohin jetzt? Ohhhh! 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 Yeah, look at these shoes, they're with a little schleifer and with a neat on. Du fällst bitte nicht, weil man fällt das schnell um. Nein, du fällst nicht. Seh ich schon. So, ah. Sie haben es verdient, diese Schuhe haben es verdient. Einmal kurz ins Bild zu kommen. So, wir fangen mal an. Was steht denn hier? Gibt es von ... Oh, das ist ein Mädchen, das ist eine ganz kleine Schrift. Von welcher Stadt wirst du am liebsten Tatort-Kommissar? Ohhhh! No danai. Du müsstest mit der Kapuze, setz dich nochmal auf, weil du siehst so toll aus. Und dann so no danai. Und dann wiegt der immer so wind. Es ist immer kalt. Es ist immer kalt so. Die Leiche ist an den Strand gespielt worden. Wer war es nochmal? Es ist auch nur noch ein Erb. Und genau genommen ist es gar keine Leiche, sondern ein totes Schaf. Es wäre mir, glaube ich, ich muss mal überlegen. Es wäre leider ein Bergdorf. Das Problem ist, es tut mir sehr leid, liebe Seemänner da hinten. Aber ich bin Berg-Fan. Mein Gott. Ja Gott, ja. Ja, dein Gott, mein Gott, Gott ist für uns alle da. Aber er hat ... Aber er hat ... Ich kann euch sagen, wie das mit der Schöpfung gelaufen ist. Der liebe Gott hat ja damals ... Da lief ein Metalsong im Radio und da war er einfach geil drauf. Und hat die Felsen gebaut. Hat ganz filigrane Spalten hineingelegt, Gipfel gesetzt und Täler gemacht. Und dann ging ihm die Zeit flöten. Und dann hat er gesagt, komm, ich mach ein Loch und lass Wasser rein. So ist das Meer entstanden. Komisch, in München ist das ein Brüller. Okay, ja, jetzt geht's los. Wolltest du auch Haare verpflanzen lassen? Ach, spannend. Ach, wie Kloppo. Wie Kloppo. Nein, ich würde mir Haare nicht verpflanzen lassen, weil dann müsste ich sie mir danach wieder abrasieren. Weißt du, wo der Nachteil ist? Ja, die gehen mir ja so schon auf die. Weißt du, wo der Nachteil ist? Was man bei Kloppo so sieht, das tut mir so leid. Weil die Idee ist doch eigentlich eine geile, ne? Aber die nehmen, also das weißt du ja auch, wir interessieren uns ja für diese Ärzteblätter und lesen das ja immer. Ja, natürlich, natürlich. Was die Menschheit ja nicht weiß ist, warum du hier Haare hast und da nicht, ist, weil die Schambehaarung geht eigentlich bis da. Nein, jetzt lach nicht, es ist wirklich leider so. Guck, jetzt guck mal bitte, das hat der liebe Gott, der hat sich das so ausgedacht. Jetzt gucken wir aber mal, wenn wir deinen Nacken angucken. Du würdest dir jetzt, sagen wir mal, diesen Streifen hier irgendwas wegnehmen lassen. Man könnte das nach und nach aufbauen. Wäre dir das wichtig? Nee, das wäre mir total egal. Also ich finde so schon keinen Bock auf Haare, das kommt immer alles weg. Ich finde das auch überhaupt nicht doof oder hässlich. Ich glaube, Frauen haben damit ein viel geringeres Problem als Männer. Du hast ja auch kein Problem damit. Aber ich glaube, Männer haben, Jungs seid ihr unglücklich und tragt deswegen Mützen, weil die Haare weg sind. Würdest du dir Zentimeter kaufen, wenn du Zentimeter kaufen könntest? Herrlich? Ja. So wie Kloppi mit den Haaren? Nein, wenn ich die Möglichkeit hätte, größer zu werden, ist das natürlich schon schön. Aber ist das nicht auch ein wahnsinniges Erkennungsmerkmal, dass du klein bist und keine Haare hast und bei Switch dabei bist? Da ist man ja schon mal lustig per se irgendwie, weil der anders aussieht als die Norm. Ja, da ist ja die Frage, ob man immer lustig per se sein möchte oder ob man manchmal ganz normal sein möchte. Also das ist halt schon auch auf Konzerten duft. Du siehst weniger. Es ist ja, die Leute machen immer Hihi Witze und die kommen, wenn die Fotos machen, das ist immer sehr lustig. Die Leute stellen sich immer neben mich und dann machen sie so, ich mach mich auch ein bisschen kleiner, ja. Wo ich dann immer sage, ja, das ist gut. Und wenn du neben Bruce Darnell stehst, malst du dich schwarz an, damit er sich nicht so ... Was steht da? Manowar, Equilibrium, geil. Hand aufs Herz, was steht da? Hand aufs Herz. Aus Stahl. Aus Stahl. Welches war dein letztes Konzert? Sabaton. Und zwar, Sabaton ist eine schwedische ... Bist du auch Metal-Fan? Ja, ich muss mich jetzt outen, ne? Sabaton, ist das der Hammer? Metal-Q, die haben ein Lied gemacht. Das ist komplett, besteht das aus Metal-Band-Namen. Und ist ne Story. Das ist total abgefahren. Und jetzt wird's spannend, was für die Nachbearbeitung. Wir spielen das mal kurz ein. Danke, ist doch super, oder? Ja, wahnsinn. Wir hören jetzt Musik. Und zwar ist einer meiner Lieblingssänger da. Er war schon mal da, es ist lange her. Und wir können jetzt schon mal die Kamera umschwenken auf Ingo Pohlmann und seine Bells! Ingo! 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 Ich freu mich so. Ingo, ich freu mich so, weil du hast so schöne Musik gemacht. Zwischen, als du mal hier warst und jetzt. Und jetzt ist neues Album da. Nix ohne Grund heißt das Album. Und wir hören jetzt den Titel Star Wars. Ja. John, Paul, George und Ingo. Genau, John, Paul, George und Ingo. Oder Ingo. Je nachdem. Wollen wir anfangen? Sehr gerne. Jetzt packen sie zu bequem. Übrigens Respekt. Schön. Großer Mann. Danke, danke schön. Also die Dinger gut genommen. Echt? Die Dinger gut genommen? Ja, auf jeden Fall. Das hab ich die Dinger losgelassen und du musstest die dann nehmen und damit umgehen? Das ist die Sache mit der Ecke. Kennt ihr diese Szene aus Serrano de Bajarak, wo er in der Kneipe ist und die Leute machen Jokes über seine Nase und er macht zehn bessere Jokes, bis die alle ziemlich geiler werden. So, das hast du auch drauf. Also wirklich maximus Respekt. Findest du meine Nase-Scheiße oder was? Kommt Musik, Jungs! Du weißt, was ich meine! Hey! Yeah! Du kannst der Gewinner sein von Auto, Haus und Sonnenschein. Ein Aufenthalt im Studio mit John Paul, George und Gringo. Du kannst lieben, Millionen werden, bescheiden oder weise werden. Du kannst der Größte sein und der beste Sänger im Verein. Ich weiß nicht, hörst du auf den kleinen Mann bei Star Wars. Train yourself to let go. Yeah! Train yourself to let go. Train yourself to let go. Train yourself to let go. Of everything you appear to do. La da da und bad go. La da und bad go. La da und bad go. Du musst dein Zuhause verlassen Beste Suche auf fremden Straßen Weiß nicht, dass dich wer geitet Da, wo du hingehst Du lernst zu fallen und kannst es wagen Bist auch die Hoffnung so zerschlagen Dir bleibt ein Zähler wie Deiner Philosophie Du hast auch Unless ben shaftiert In meg Star Wars Train yourself to let go Train yourself to let go Train yourself to let go Off average you will fear Train yourself to let go Train yourself to let go Train yourself to let go Of everything you feel to me Ich übe mich darin, Dinge loszulassen Gerade wenn ich Angst hab, sie zu verlieren Du kannst der Gewinner sein Vom Auto, Haus und Sonnenschein Ein Auferteid im Studio Mit Schusswort, Schusswort, Schusswort Train yourself to let go Train yourself to let go Train yourself to let go Of everything you feel to me Train yourself to let go Train yourself to let go Train yourself to let go Of everything you feel to me Yeah! Ingo Pohlen und St.B.! Wir mit unseren Kutten hier, das ist ganz witzig. Man kann sich dran gewöhnen. Ich mag ja eh so Outdoor-Klamotten, wo du überall was anderes reintun kannst, wenn du unterwegs bist. Ziehst du sowas an, wenn du zum Metal-Concert dann mal gehst? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Lederhose? Nein, ich habe auch keine Lederhose. Ich sehe einfach eine ganz normale... Was ist denn der Metal-Look? Ich dachte ja auch immer, Metal-Look ist eigentlich genau sowas. Die sehen schon so aus. Die haben dann auch so Lederhosen oder die Frauen haben so Leder-Corsagen und sowas. Oh doch, ehrlich? Eher so. Die laufen da schon auch so rum. Die haben auch lange Haare und die haben dann auch so Lederzeug mit so Metall-Dingern dran und sowas. Und wollen wir denn mal, apropos lange Haare, wollen wir mal unseren nächsten Gast reinholen? Den freue ich mich sehr. Da komme ich mir langhaarig vor. Mikro habe ich schon. Wollen wir Musik anfangen? Ach, das ist schön. Wenn nix mehr geht, Musik geht immer. Erkennst du schon, was es ist? Ich fange an. Au, mein Knie, Joe. So weht hat das noch nie, Joe. Ich kann mich nicht beherrschen. Au, au. Versuch mich anzuperschen. Komm doch rein, Joe. Mein Gott, ich freu mich so. Komm doch rein, Joe. Oh, Joe. Oh, Joe. Joe Bausch. Ich freu mich. Ihr seht mit ohne Haare beide so lustig aus. Was möchtest du trinken, Joe? Ich trink das, äh, Wodka Tonic. Oh toll, haben wir sowas, Frau Müller? Wodka Tonic. Hey, das freut mich. Frau Müller, ich würde noch ein neues Bier nehmen. Meins ist abgestanden. Ähm, du bist ja, wie ich auch, vom Bauernhof. Ja. Das wusste ich gar nicht. Toll. Dass du vom Bauernhof kommst, wusste ich auch nicht. Nee, und ich nicht, dass du vom Bauernhof kommst. Und eigentlich wolltest du Bauer werden oder Priester. Naja, ich wollte es nicht. Sollte es eigentlich, so ist es ja am Bauernhof. Der Älteste wird meistens Bauer oder Priester. Du warst der Älteste? Ich war der Älteste. Und ich wollte nicht Bauer werden, da war ich zu klug zu. Und zum Priester war ich auch zu klug. Ach so, ey. Und dann, aber Medizin war gut dann. Naja, ich habe ja nicht mit Medizin angefangen. Ich habe ja mit der Theaterwissenschaft, Germanistik und Politik angefangen. Und zum Ersetzen meines Vaters, der dann auf die Frage, was macht dein Sohn, hat der immer so unter sich geguckt und sagte, auf Hessig fragt mich nicht irgendwas mit Augsburger Puppenkisten. Und ich fand es natürlich beschämend, das hat er da so lange gemacht, bis ich aufgehört habe damit. Aber das Lustige ist mit Gefangenen, weil du bist ja Knastarzt, ne? Du hast dieses Buch geschrieben, das heißt Knast. Man hätte es aber auch nennen können, hätte ich lustiger gefunden, wenn Mörder Schnupfen haben. Das hätte ich sehr lustig gefunden als Titel. Ja, aber ich bin ja so ein ernsthafter Mensch. Also ich habe ja keine, überhaupt keine Ader für Humor. Aber du gehst dieses Thema schon doch relativ ernst an, oder nicht? Ich finde, es ist auch ein ernstes Thema. Ein bisschen Humor drin. Also es ist ein Thema mit ein bisschen Humor. Ich glaube, ich habe Geschichten auch reingeschrieben, über die man mal grinsen kann, über die man auch lachen kann. Weil es gibt dann natürlich nach 25 Jahren im Knast, gibt es auch viele, viele Tage, an denen wir herzhaft lachen. Und ... Ihr hattet ja früher auf dem Bauernhof auch schon Gefangene, die da geholfen haben, Häftlinge. Ja. Mörder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Mörder hätte mein Vater nicht genommen. Aber es waren schon sehr seltsame Gestalten teilweise. Bist du auch Heavy-Metal-Fan? Nein. Und bist du ein bisschen neidisch auf unsere Kutten? Ich hätte gerne auch schon eine gehabt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich eine Koffer habe. Schale. Ja, wir haben nur zwei. Aber ich würde dir meine gerne mal geben. Ich würde gerne mal was aus ... Kannst du die mal anziehen? Ja. Würdest du die aussehen, oder ist blöd? Könnte ich machen. Kannst du meine Kutte anziehen? Ja, klar. Das sieht bestimmt ganz gut aus. Und dann können wir dir, Bernhard, noch mal ... Wir machen uns noch so einen Bauspar dran. Und dann sehen wir alle drei fast gleich aus. Okay. Guck mal so. Das wird die. Sind die im Blonden, ne? Ich glaube, blond sieht besser aus. Guck mal, das ist doch dein Bart, oder? Nee, ja klar. Ach so, du trägst jetzt auch ein. Das sind auch Schamhaare. Ja, ja. Natürlich ist ein Bart ein Schamhaar. Alles ist ein Schamhaar. Nuestre Recherchen haben ergeben, dass Schamhaare eckig sind. Ja. Ehrlich? Und Haupthaar ist rund im Durchschnitt, im Querschnitt. Und deshalb kringelt es sich auch. Weil wenn es wächst, kann es sich natürlich nicht so schön anpassen. Jetzt müssen wir nur noch ... Ich dachte nur, weil das Haar eine Hose ist, fängt es an sich zu kringeln. Und nicht, weil es am Kopf ist oder so, oder? Stimmt. Wenn ich eine Shorts trage, werden sie lang. Und dann runter. Aber wieso? Die Haare hinten kringeln sich. Das müsste ich auch eine Glatze haben. Ich habe keine Glatze. Aber der Bart steht dir super. Ja? Ich finde das so lustig, dass du zu deiner Medizinausbildung noch eine Extraausbildung gemacht hast. Für Gesundheit und Ernährung, ne? Und du selber sagst, Essen ist doof und alles anders auch doof, aber rauchen und trinken ist toll. Das finde ich so lustig. Na ja, es ist ja auch lustig. Ich bin halt ehrlich. Auch zu meinen Patienten. Ja, ja. Man muss immer zugeben, dass man als Arzt auch Laster hat und dass man nicht perfekt ist. Also bei mir ist es so, meine Patienten finden das sympathisch. Ich auch. Ich finde das total sympathisch. Und es gibt einen tollen Satz, den ich mir gemerkt habe. Wann bist du Alkoholiker? Na? Wenn du mehr säufst als ein Arzt. Ja. Du bist ja natürlich außer Knastarzt, wo drüber wir gleich noch ganz viel reden werden. Und ich freue mich da ganz doll drauf, wenn ich so viele Fragen habe. auch Tatort Pathologe. Und sagst, du hast aber so oft so wenig Text, dass sie dir den Text per SMS schicken. Ja. Das finde ich süß, oder? Ich habe es denen schon mal angeboten. Ich dachte, es lohnt sich doch nicht, so viel Papier zu verschicken. Schickt mir einfach eine SMS. Aber das ist doch schon, manchmal ist es doch länger. Oder ich versuche ihn länger zu machen. Also indem ich ganz viele Pausen mache zwischen den Silben. Das ist natürlich doof, wenn du einfach nur sagen sollst, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Aber ich mache natürlich vorher ein ernstes Gesicht. Tot! Entschuldige mal. Wenn du wenig Text hast, musst du alles daraus machen. Wie als Knastarzt, ne? Du wohnst ja direkt am Knast, in einem Haus. Das heißt, du guckst immer auf Gefäßt, auf meine Patienten. Gefängnis. Umgekehrt wäre doch doof. Ja, die gucken ja auch raus zu mir. Also die wissen, wann ich wach bin. Die wissen, wer mich gesucht. Stehst du da manchmal und sagst du, hallo, haa, Essen, lecker. So ärgern? Nein, ich mache einfach den teuersten Wein nur im Fenster. Das meine ich. Dann kommt jemand so rüber und sagt, auf euch. Und an Silvester schieße ich dann natürlich alle meine Raketen aus meinem Garten in den Knast hinein, damit alle Spaß haben. Dann wohnst du da in diesem Haus und dann guckst du rüber, hast auch keinen langen Weg. Du hast zweimal die Woche Sprechstunden, ne? Was ist denn da so im Ranking auf Platz 1? Was haben die? Viele haben Rücken. Echt? Vom schlechten Bett, von der Pritsche wahrscheinlich? Von der Pritsche. Viele haben Rücken. Weil das Sitzen oder haben vom Sitzen Rücken. Ja. Also eine Berufskrankheit. Wer viel sitzt, hat viel Rücken natürlich. Und wer viel liegt? Wer viel liegt, hat auch noch mehr Rücken. Weil der liegt ja meistens drauf. Ist denn so ein Bett im Knast immer noch wirklich sehr unbequem? Oder haben die da mittlerweile so eine Zelle, ne? Hat man da nicht eine Kaffeemaschine? Manche haben auch Kaffeemaschinen, ja. Aber es dauert Jahre, bis man eine hat. Muss man sich da hocharbeiten? Man muss sich das verdienen. Wie denn? Man kann nicht einfach zu Hause bei Mama anrufen, kann sagen, Mama, ich brauche eine Kaffeemaschine, keiner macht mehr Kaffee. Sondern du musst erst mal arbeiten. Und wenn du dann gearbeitet hast ein paar Jahre lang und kannst dir was kaufen, dann darfst du ja eine Kaffeemaschine kaufen. Und dann den Kaffee dazu? Wo kriegt der den her? Da gibt es einen Einkauf. Also zweimal im Monat kann man einkaufen. Es gibt kein Bötchen? Es gibt kein Bötchen, nein. Man kann das ankreuzen. Ach so. Einfach irgendwie so Pikto Kräume. Und dann kreuzt du die an. Alle hart gekocht, weich gekocht. Und dann kommt dann ein Kaufmann alle 14 Tage und liefert das sozusagen im Körbchen direkt an. Und hat man denn zum Beispiel einen Fernseher? Ja, manchmal hat man einen Fernseher. Auch nur die, die lieb sind, oder was? Nein, die sich halt einen Fernseher kaufen können. Oder wenn der Pfarrer so großzügig ist und sagt, ich hab da zufälligerweise einen Fernseher. Und dann können sie es schon mal. Totale Gunstverteilung. Oder nicht? Wenn einige einen haben und andere nicht. Wenn Fußball läuft, dürfen die sich nicht alle treffen in einer Zelle? Nein. Kein Public Viewing. Kein Public Viewing. Nein, das möchten wir nicht. Weil wenn die sich anfangen irgendwie untereinander zu unterhalten und rustikale Gespräche führen, dann ist es natürlich schon schwierig für uns, die auseinanderzuhalten. Und wir möchten diese Begeisterungsstürme. Es gab es früher, als ich anfing. Ich habe an Klass gespielt, mein Solo. Und das war erstmal nur klar, es waren nur Frauen. Ja. Weil man wollte nicht die Frauen und die Männer gleichzeitig in einen Raum packen. Das ist auch nicht schön. Warum nicht? Naja, weil es ist natürlich so, man muss sich vorstellen, wenn du nach 10, 15 Jahren keine Frauen mehr gesehen hast, dann ist das wie eine Provokation. Ist das wirklich so? Ja. Und würdest du nicht auch lieber im Frauenknast arbeiten? Nein. Ich habe das ja mal knapp zweieinhalb Jahre gemacht, die Frauenstation im Krankenhaus betreut. Und das war für mich ... Schlimmer? Schlimmer als Männer? Warum? Die waren einfach abgezockt. Warum? Ich bin die mein ganzes Leben noch nicht so verarscht worden. Ich bin die mein ganzes Leben noch nie so ... Oh, Herr Doktor. Sie waren immer, entweder sie haben mich zu Tränen gerührt oder sie haben mich ... Ich hatte das Gefühl, ich werde jeden Tag mindestens zweimal ganz heftig verarscht und mag selbst nicht. Und dann hast du gesagt, wahre Freundschaft gibt es nur unter Männern. Wahre Freundschaft? Ich gehe jetzt in den Männerknast, die sagen, wo es los ist. Nein, es ist schon, es ist anders. Also Frauen sind einfach irgendwie, man muss sagen, sie sind schon sympathischer, weil sie mehr von sich erzählen. Ich habe auch dann Frauen mit Babys dort, also mit Neugeborenen und so weiter. Das war eine wunderbare Zeit, das will ich auch gar nicht müssen. Aber diese besondere Fertigkeit von Frauen, auch gerade wenn sie Mörderinnen sind oder sowas, die sind ja ... Frauen, die morden, machen das so ungefähr, wie sie ein Fünf-Gänge-Menü oder ein Kindergeburtstag vorbereiten. Völlig entspannt, völlig emotionslos. Jetzt aber nicht von ein auf alle schließen. Doch, doch. Ich glaube manchmal ... Das war schon wirklich ganz heiter. Weil die so voller Hass waren. Das war wahrscheinlich meistens der Ehemann. Kann das sein? Das war meistens der Ehemann. Ich glaube, das ist meine ... Also aus den zwei Jahren Erfahrung kann ich nur sagen, diese Frauen sind absolut clever. Und ich habe so eine ältere Dame gehabt, die hat sechs Männer umgebracht, da ist ja keiner drauf gekommen. Und die war richtig clever. Hast du jemals erlebt, dass jemand mit einem Kuchen reinkam und da war eine Feile drin? Nein, das ist so ein Märchen. Das würde auch nicht vorkommen. Wir lassen ja gar keinen Kuchen rein. Ja, aber man lässt ja dich rein. Also wenn da keinen Kuchen reinkam, kommt da keine Feile rein. Woher kommt denn dieser Mythos, dass immer gesagt wird, da ist ein Kuchen mit einer Feile drin? Das steht wahrscheinlich in dem selben Buch drin, wo auch drinsteht, dass das hier hinten schaue. Genau. Wenn ich im Knast sitze und es ist abends 11 Uhr und ich habe wahnsinnig Hunger, kann ich dann einen Pizzaservice anrufen? Wenn du ein Handy hast, kannst du anrufen, aber es wird dir keiner eine Pizza bringen. Das ist das Problem. Man bräuchte ein Handy, ne? Handys müssen wahnsinnig begehrt sein im Knast, oder? Ja, klar. Die sind sehr teuer, wenn dann jemand eins hat. Also es wird immer so gerechnet zwischen 800 und 2000 Euro für ein Handy mit Ladegerät. Also Schwarzmarktpreise, quasi Handelpreise. Das sind die normalen Tagespreise, ja. 800 bis 1000? Ist ja für den reichen Putzi, der dann im Knast sitzt nicht so. Sitzen da alle Mörder, Steuerhinterzieher? Das ist jetzt alles da, das mindestens zwei Jahre gebucht hat. Also unter zwei Jahren braucht man bei uns nicht einschätzen. Gebucht? Ja, okay. Das wird so sortiert, langzeit, mittelfristig, kurzfristig. Wenn jemand zu uns kommt, der nur drei Jahre hat, dann sagen wir, es lohnt sich doch gar nicht, das hier auspacken. Das ist doch kaum etwas. Aber man will doch als Gefangener, will man doch eine Einzelzelle haben, oder? Ja, die meisten wollen das haben, aber es gibt doch welche, die sind ungern alleine. Da wird die Zelle immer kleiner und die Decke kommt runter. Es gibt auch welche, die wollen kuscheln. Würden wir das nicht ganz hart finden, zu zweit mit einem fremden Menschen auf so engem Raum? Man muss ja auch AA machen und alles und mal pupsen und so. Das kann man ja alles dann nicht. Ich habe das oft in der Speichstunde, dass jemand sagt, ich kann nicht und ich habe Auerbauch. Und dann? Sagen die denn Auerbauch? Und wenn da jetzt ein Ausländer, den du nicht verstehst, reinkommt, weil das sind ja nicht nur Deutsche wahrscheinlich im Knast, wie macht ihr das mit Hand und Fuß, oder? AA heißt das in Spanien auch AA? Also ich habe einen Chinesen, der sagt immer jetzt, nachdem er seit zwei Jahren bei mir ist, dann sagt er immer, Kackahat. 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 Ah, ich glaube, zu Hause bei uns gibt es ein neues Wort. Ja, ich sag ja, es gibt schöne Momente. Aber das heißt, du bist auch zuständig, zum Beispiel wenn einer sagt, oh, Rücken, dann kriegt er eine neue, tolle Matratze. Nein, erst mal nicht, sondern ich gucke erst mal natürlich den Rücken an, schreiten wir zum Äußersten, fassen wir den Patienten an, untersuchen ihn. Und das ist ja ganz wichtig, weil ich bin ja der Einzige, der diese Menschen anfasst, ohne dass er sagt, ich muss dich mal abtasten auf Waffen oder ich leg dir Handschellen an. Ich bin ja der Einzige, der sich einfach mal berührt und anfasst und berührt und antastet und das ist also das Maximum an Intimität, was es überhaupt nicht gibt dort im Gefängnis. Bist du dann alleine mit denen oder sind da noch? Da sind immer ein paar Leute dabei, also mir gegenüber sitzt jemand, neben mir steht jemand, im Nebenraum sind noch zwei Leute. Also wenn es laut wird und ich irgendwie aufstehe. Also wenn der zurück anfasst zum Beispiel? Wenn der mich anfassen möchte, dann spätestens ist Schluss. Pflegepersonal oder Aufsichtspersonal? Beides, sie können beides. Ehrlich? Doppelte Ausbildung? Doppelte Ausbildung, das sind gelernte Krankenpfleger. Die Karate können? Naja, die können zumindest all das, was nötig ist, um jemanden davon zu überzeugen, die Finger von mir zu lassen. Ist meine Fragerei sehr nervig, weil mich interessiert so viel. Ich habe gelesen, dass ihr Liebeszellen habt. Aber nicht für mich. Nicht für dich wahrscheinlich, du brauchst ja auch keine, du hast ja deine Wohnung nebenan. Genau. Aber es gibt eine Liebeszelle und wenn einer sehr brav ist und verheiratet ist, dann darf die Ehefrau kommen und dann dürfen die da ein paar Stunden rein Sex haben. Ja. Das ist ungefähr so erotisch, wie? Fällt dir was ein? Den Arzt anfassen. Aber das sollte jemand mal versuchen von Ihnen. Wenn Sie das nächste Mal zum Arzt gehen, fassen Sie ihn einfach mal an. Hallo. Bevor der Sie anfasst, springen Sie ihn einfach an und tasten Sie einmal ab. Herr Doktor, geht's Ihnen gut? Direkt hier messen? Das macht keiner. Einmal hustet? Das macht übrigens keiner. Nee. Ich kann sagen, es gab nur einen einzigen Patienten in 25 Jahren Medizin, der mich gefragt hat, wie geht's Ihnen? Nee. Wenn Sie das nächste Mal zum Arzt gehen, kann ich Ihnen nur sagen, fragen Sie ihn einmal. Er wird Ihnen sofort zehn Minuten seiner Zeit opfern, ohne dass Sie dafür mehr bezahlen. Siehen die dich immer beim Tatort und applaudieren, wenn man nur kommt, wenn wieder einer gezeigt wurde? Naja, das hält sich in Grenzen. Also ich hab natürlich, die eine Hälfte kommt montags und sagt, ja geil, war wieder klasse. Und ein Teil kommt und so, war aber ganz schön kurz. Ja. Hätt Ihnen da mehr gekönnt oder sonst was. Die SMS. Und dann gibt's dann diejenigen, die Klugscheiße, die sagen, entschuldige mal, die Nummer, also mir waren dann noch zwei Minuten schon klar, wer der Mörder ist. Also diese ganzen Spaßbremsen, die sind besser, besser und Spaßbremsen. Und dann gibt's diejenigen, die mir dann nur erklären wollen, dass Sie das besser gemacht haben. Das finde ich gut, du Armer. Was ich auch gefunden hab, ist, Joe Bausch singt nie. Aber heute singen wir, ne? Ja, Ina, das ist, ich glaub, es braucht starke Frauen, um mich zum Singen zu bringen. Mach, machen wir jetzt. Bernhard hat auch schon so schön gesungen. Bernhard hat auch schon gesungen. Ja, ganz toll. Du hast, nein, wirklich toll. Ja, du hast super gesungen, ich hab's gehört, ich hab's gesehen. Ja, genau so viel gesungen, wie das hier hinten Schamhaare sind. Mann, du wirst dich noch zulassen. Ja, du hast mir ein Lied geschickt, was du gerne singen würdest. Und ich kannte das Lied gar nicht von den einstürzenden Brieftauben. Abstürzende Brieftauben. So, meine ich. Es sind die einstürzenden Neubauten oder die abstürzenden Brieftauben. Darf man nicht verwechseln. Ich kann's vorher auch nicht. Ich hab nach etwas gesucht, was meine gesanglichen Fähigkeiten bedient und was mich auch intellektuell nicht herausfordert. Und jetzt machen wir das. Zwei Strophen am Anfang und dann alles wie besprochen. Ich freu mich. Ja! 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Ich glöpfe an meinen Artikel. Geh ganz verlassen mein Bier und ich. Was ich beim trinken mir überlegt. Ich liebe an Mädchen und verlieb mich nicht. Ich schicke Briefe und Ansichtskarten. Ich schicke Blume und auch Konfekt. Auf ihre Antwort, da kann ich warten, weil jeder Süße gar nicht schwimmt. Oh, oh, Pa, Pa, Paderborn, dort hab ich mein Herz verloren. Wie, wie, Bielefeld hat mich noch ein Bierbestät. Ich bin doch immer in dieser Schenke, die Vögel singen, es wird schon hell. Da ist ein Mädel, an das ich denke, und die Probleme von Karussell. Oh, 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 wenn, wenn, Winterthur, da gab es den Kiapur. Freude, Freude, Freude statt, da war ich wieder völlig platt. Er, er, er geht's weg, da war ein Bierbel hat gedick. Keur, 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 wie wohlst du, komm mal ein Riesenkorn. Wim, wim, Winterthur, da hab ich beide nichts gespürt. Gleich, 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 gewinnt, das fand ich nicht, war ich. Hey, 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 gut lang, da hab ich bei mich abgefangen. No, 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 hollei, und das Lied ist jetzt vorbei. Und das Lied ist jetzt vorbei. Heute ist jetzt vorbei. Du hast es so geballt. Ich hätte erst über den Klima, wenn I was born. Aber du wärst ein geiler Metal-Sänger, wirklich, da vorne so und die Stimme und alles. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir setzen uns mit dem Hintern hier rauf. Du darfst hier, musst hier so rauf. Ich wollte nur gucken, dass ich nix umreiße. Brauchst du? Okay. Nein, darf ich ein neues Bier haben? Ach nee, ich will was anderes. Was trinkst du? Ich hab nix. Was hab ich denn? Da. Das Rücken, oder was? Ich hab Rücken. Da. Jetzt, wo du sagst, hab ich. Da. Da, auf. Gehst du eigentlich unter die Sonnenbank oder ins Fitnessstudio? Habt ihr im Knast ne Sonnenbank? Das wär doch toll. Das ist die längste Zeit meines Lebens, verbring ich auf Sonnenbänken. Er ist vor allen Dingen, er ist ja kein Gefangener. Nein. Naja, das ist vielleicht ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Das man einfach sagt, der sieht nur so aus. Der sieht nur so aus, aber im Prinzip darf der nach Hause. Aber du wärst natürlich. Aber gibt es, kannst du, gibt es Gefangene, die dir bei der Arbeit helfen, weil das irgendwie Sanitäter sind? Die es etwas großzügig mit der Mund-zu-Mund-Beatmung genommen haben? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Zu viel, was steht da, dass im Gefängnis viel? Im Po geschmuggelt wird. Nee. Im Po geschmuggelt? Mahlzeit. Na ja, gut, das ist zumindest eine Alternative. Was denn so? Du hast ein Säckchen wahrscheinlich, so Luftballons. Handys. Im Po? Ja, ja, gut, seitdem die immer kleiner geworden sind, ist ja kein Problem mehr. Ich wollte sagen, kein Säckchen. Handys. Ich stelle mir das gerade vor. Ich habe dir einen Laptop mitgebracht. Warte mal kurz. Aber danach muss ich schon schauen. Das kann ich dir sagen. Warte, 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 da kommt noch das LAN-Kabel hinterher. Okay. Okay. Bist du nicht tätowiert? Nein. Hier steht, was sind die beliebtesten Knastetus? Bist du? Ich habe keine. Aber gibt das dann auch Klischee, Träne und für jedes Jahr gibt es, das ist, ach ehrlich? Ja, es gibt nicht für jedes Jahr, es gibt dann über den Tränen, diese drei Punkte, das ist dann irgendwie, was war es, arbeitsscheu, geil und noch was. Was? Und ich dachte, wer steht das? Oder tot den Bullen oder sonst was. Ich dachte, das hätte man toll ist, aber arbeitsscheu, geil und so ist ja gar nicht so toll. Oh, ich habe nur einen. Du hast nur einen? Arbeitsscheu. Du warst nicht, du warst nicht, du warst nicht, du warst nicht. Ich hätte es auch mal erst gewachsen. Nein, das ist. Also das gibt es schon. Wir haben natürlich wahnsinnig tätowierte Menschen zum Teil. Tätowieren die sich auch in? Ja, klar. Da gibt es die das gegenseitig so. Naja, das dürfen sie zwar nicht, aber sie machen es natürlich trotzdem. Und es gibt richtige Künstler, es gibt wirklich gute Leute, die das auch in vielen Jahren gelernt haben. Ich meine, sie haben ja viel Zeit, was zu lernen bei uns. Und manche können wirklich wunderbar tätowieren. Und da hast du so festgestellt, ist es so ein Anker des Lieblings oder die drei Punkte und ein Anker? Ja, Anker ist aber sowas von out, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ehrlich? Anker ist nie out, Jungs. Ach, kommt, Jungs, aber. Anker out? Ich dachte, Anker geht immer. Na ja, auf der Mütze, aber doch nicht am Hintern, oder? Zeigen, zeigen, zeigen. Nein, nicht zeigen, nicht zeigen, nicht zeigen. Wenn ich mir was wünschen darf. Der Anker als Arschgeweiht sieht einfach nicht so sexy aus. Sag mal, stimmt das denn? Ja, ich weiß, wo das Seil eingefädelt wird. Hey! Das ist eine super Bemerkung. Werner, kannst du dich schon mal wiederholen? Ich habe die extra gesagt, als es keiner gehört hat. Bei dem Anker als Arschgeweiht weiß man, wo das Seil eingefädelt wird. Hey! Hey, ich freue mich so, es war ein total schöner Abend, aber, fand sie nicht? Doch, doch, doch. Ich hatte es ganz toll. Jetzt doch, nö. Fand sie es total schön? Ich wollte ja was Ernstes eigentlich sagen. Oh, jetzt? Jetzt nicht mehr. Zeit für Ernstes ist vorbei. Wir hören jetzt Musik. Ich freue mich so, dass Sie da sind. Sie haben eine ganz, ganz tolle CD gemacht. Die heißt einfach nur die CD OKKID. Aber die Band heißt auch OKKID. Und Sie sind heute da. Begrüßt mit mir OKKID! Du kratzt die Trauerränder von deiner Emo-Platte und schneidest Löcher in das Logo deiner Lieblingskappe und reißt die Fenster auf, schreist laut von allen Dächern Dass du den längsten hast, schöner, höher, weiter, besser Nichts außer Plan, doch egal, Hauptsache weitermachen Auch wenn die Nachbarn sagen, es wär besser einzupacken Denn es ist niemand da, der dir das Wasser reichen kann Weil du noch viel zu durstig bist, dein Atem ist noch viel zu lang Du bist allein, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu viert, zu viert, zusammen Doch du hörst sie nicht mehr, die Kopf ist gewiss, hoff' nicht Du bist allein, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft, zusammen Allein sind vier, zu viel, dein Atem ist noch viel zu lang Es ist vorbei, bye, bye Scheiß auf Juni, Mond, lass Träume zu Ende gehen Sieh die Klamotten aus und dusch dich im November Rain Schmeiß deine Nikes weg und trage wieder Jesus-Latschen Auch wenn deine besten Freunde alle was dagegen haben Alte Träume, nicht mehr da, falsche Träume Schneid den roten Faden ab, wenn er sich nicht verbinden lässt Auch wenn es Winter ist, du bist noch lang nicht ausgebrannt Doch wenn es kalt da draußen ist, dein Atem ist noch viel zu lang Du bist allein, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu viert, zusammen Doch du hörst sie nicht mehr, die Kopf ist gewiss, hoff' nicht an Du fühlst es, du willst es, du weißt es Da gibt es noch viel mehr, als jetzt ist Fassaden von gestern sind endlich weg Fassaden von gestern sind endlich weg Du fühlst es, du willst es, du weißt es Da gibt es noch viel mehr, als jetzt ist Fassaden von gestern sind endlich weg Du fühlst es, du willst es, du weißt es Da gibt es noch viel mehr, als jetzt ist Fassaden von gestern sind endlich weg Okay, Kell! Vielen, vielen Dank! Kinder, das war's! Applaus für OK Kid! Ich freu mich so! Ich bedanke mich natürlich bei Bernhard Hohegger Ich bedanke mich bei Yo! Bausch! Ich bedanke mich bei meinen Shadies, bei meinem Publikum Natürlich bei Ingo Poolman and his band Und tschüss! Danke! Tschö! Tschö! Kommt Jungs! Alexis! 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 Applaus